Hallo und herzlich willkommen zurück zu TV-Wissen. Heute wieder mit einem neuen Video in der Rubrik Alltagsfragen. Und zuallererst möchte ich jetzt wieder auf die Fragen vom letzten Video eingehen. Die erste Frage war von Timmy2965. Warum ist die Banane eigentlich krumm? Nun ja, man muss das so vorstellen. Die Banane ist wie jede andere Pflanze, möchte sie halt möglichst viel Sonne abbekommen. Und ganz am Anfang ist sie, wie man hier auf dem Bild auch sehen kann, komplett gerade. Aber sobald sie weiter ausreift, wendet sie sich immer weiter der Sonne entgegen, um möglichst viel von ihr mitzubekommen. Und dabei wächst sie auch krumm. Das kann man dann auch hier wieder auf dem nächsten Bild sehen. Und gelblich wird sie erst, wenn sie wirklich endgültig ausgereift ist. Also vorher bleibt sie restlos krumm. Das Ganze kann man auch manchmal in Pflanzen beobachten, wenn man jetzt irgendwelche Kräuter so in der Küche anzüchtet und die stehen nicht direkt am Fenster. Dann werden die auch mal so schräg, weil die einfach möglichst viel Sonne abbekommen wollen. Gut, dann zur nächsten Frage. Warum schreiben wir meistens mit Tinte? Die Frage kommt von tom032009ifid oder wie man das ausspricht. Und ja, das kann man nicht ganz einfach erklären. Tinte ist insgesamt eine ziemliche Definition für ziemlich große Weite von Sachen. Also Tinte ist eigentlich, wenn man es schon nennt, gefärbtes Wasser. Oh, Entschuldigung. Also auf Lateinisch bedeutet es gefärbtes Wasser. Und eigentlich, die Definition dafür ist, man bezeichnet Tinte als eine intensiv gefärbte Flüssigkeit zur Verwendung in Federkielen, Pinseln oder Füllfederhaltern. Und dann kann man die halt beim Schreiben relativ einfach verwenden, weil wenn die in den kleinen Patronen abgepackt ist, dann kann sie einfach immer weiter nachfließen und durch ihre Farbe, die dann ans Papier übertragen wird, ja, das kann man eigentlich nicht so richtig gut erklären. Auf jeden Fall, das ist der Grund, warum wir mit Tinte schreiben, weil Tinte eigentlich ein riesiger Bereich an Sachen ist und nicht nur diese einzelne Tinte, die man in der Schule verwendet. Also Tinte fasst Unmengen an gefärbten, wässrigen Stoffen. Okay, dann die nächste Frage von Hater hasse ich. Die werde ich, wie schon als Antwort angekündigt, nicht in diese Brücke hier aufnehmen. Allerdings könntest du dann als Sätze vielleicht mal so eine kleine Serie machen oder so. Einfach drei kleine Videos. Also Hater hasse ich, deine Frage kommt auch nochmal irgendwann dran. Nur nicht in dieses Video. Gut, dann habe ich mir noch zwei Sprichwörter wieder rausgesucht. Und zwar, einmal, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das Sprichwort kennt eigentlich so ziemlich jeder und damit ist ja gemeint, dass Kind und Eltern eigentlich mal ziemlich ähnlich sind. So, wenn es etwas ähnlich ist. Und ja, dieses Sprichwort kommt von den alten Germanen und da gab es mal Zwillinge und der eine von denen hieß Apfel. Also A, B, F, E, L, L. Hört sich ein bisschen an wie Apfel. Und dann haben ihn viele Leute halt das so missverstanden. Und wie auch immer, der Zwillingsbruder von Apfel, der ist gestorben. Und damit er, Mann, seine Sünden zum Trost, zu allem, durfte der Bruder Apfel eigentlich alles machen, was er wollte. Und ein Jahr nach dem Tod seines Bruders musste Apfel vor dem Dorf kämpfen. Und dabei ist er selbst gestorben. Und daher kommt natürlich das Sprichwort, denn der Apfel, damit war ja die Person gemeint, mit Feld ist eigentlich gemeint, sterben, nicht irgendwie runterfallen. Weil man sagt, ja, dass jemand im Krieg gefallen ist und nicht weit vom Stamm. Mit Stamm ist eigentlich die Sippe gemeint. Ja, und so wird das dann halt alles übertragen. Und ein letztes Sprichwort noch. Wer A sagt, muss auch B sagen. Dieses Sprichwort kommt von dem Fluss A. Der fließt in Deutschland und den dürfen auch die meisten schon mal zumindest von gehört haben. Und damals im Mittelalter war wie eigentlich jeder andere Fluss von normaler Pfelle reingekippt und alles. Und auch Fäkalien. Und zu seiner Zeit war es so viel, weil der dreckigste Fluss in Deutschland der bekannt war. Und dann alle, die gesagt haben, dass er die A sieht, also es war dann damals schon so ein Sprichwort, und wer die A sieht, muss auch Bäh sagen, also so als wäre es etwas ekelhaft. Und daher kommt das Sprichwort, wer A sagt, der Fluss, muss auch B sagen von Bäh. Okay. Und das war es auch schon wieder für heute mit der Folge Alltagsfragen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt. Ich gehe jetzt einfach erst mal zuerst mal auf die anderen Fragen ein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.